So, da sind wir wieder. Nun erläutere ich Ihnen die KinoWelt 16mm Reichtungs. Das ist die Maschine, eine Aiki MT. Die Maschine kann sowohl Lichtton- und Magnetonfilme abspielen. Ein sehr gutes Gerät an der japanischen Marke, die in den 80er, 90er Jahren die Projektoren gebaut hat. Heute bauen sie hauptsächlich noch Beamer und für den Kinobereich Majin. Das ist die Filmrolle. Eine 600 Meter Rolle, 16mm Film. Was sieht aus? Filmvorspann und Hauptfilm. Die große Filmrolle stehen hier oben drauf. Dieser Film besteht aus zwei Rollen. Dann ist der Film Männerpension mit Til Schweiger, der in den ganzen Jahren gedreht worden ist. Ja, man startet die Maschine. Film hinein. Der Filmfeld zieht völlig automatisch ein. Und kommt, geht wieder aus. Dann wird auf die Aufwickelspure gesteckt. So, zack. Angezogen. So, die Maschine wird bis dahin. Das ist der Vorfilm. Der hat keinen Rollen. Der Vorfilm besteht immer daraus, dass es vielleicht Katze auf dem Film gibt, weil erstmal alle Rollen ins Grund kommen müssen. Das braucht natürlich immer etwas. So, das läuft die Maschine. So, jetzt kommt der Vorfilm. Ab du Leckerholz, sonst mach ich dir beide. Wie gesagt, 6mm-Kopie, nicht von Polyester-Material. Also praktisch heißfest. Die Rolle läuft in ungefähr 15 Minuten. Und in der Film besteht da zwei Rollen. Leider kann ich Ihnen davon jetzt keine Filmzehen zeigen, weil der Film ohnehin geschützt ist. Und ich will keine Regenzansprüche im Gegelten machen. Ja, das ist die Maschine. Das machen wir heute aus. Selbstverständlich kann man den Film immer auswärts projekzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also mit Licht. Nur ohne Ton. Ja, also mit Licht. Nur ohne Ton. Ja, also mit Licht. Der Film wird sich angucken wollen. Der Film ist aus Teilen eines Hauptfilms mit Roy Rogers. Ein amerikanischer Star in dem... Kann ich jetzt nicht genau sagen. Unser, sechster Jahren eventuell. Ja, die Propiten sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Das heißt, die Tonspur ist sehr abgenudelt. Und auch die Preparation ist ja uns befand. Also ob der Film läuft, weiß ich noch nicht. Und ich werde ihn vorführen und vom Parlament abfüllen. Wünsche ich mir dabei viel Spaß. Das ist ein Musikfilm. Oder ja, also zehn unserer Musikfilme hier an der Saal. Und die sehr schöne Musik. Also schaut euch einfach mal an. Und ja, dann schauen wir uns danach dann wieder so viel wieder durchgeladen Projekte aus. Jetzt werde ich den nächsten Film einlegen. Sekunde.